und da ist immer wieder bei den Einhörnern, hier, Einhörner, genau, bei den Hörnern, Pink-Pick-Hörner, ich hab's mit meinen Einhörnern, ich weiß nicht warum, und nein, ich träume auch nicht von Einhörnern. Hörnern. Nimm mir nur die, wo ich brauche. Das war's. Zitzen, das ist viel zugefunden. Das ist ein Wetter. Ich habe den Wetter. Die Drei. 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 Nice, so läuft das. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Kaffee Und wieder abgeben. Zack. Läuft. Jetzt hier ein Stück bekommen. Läuft. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber egal. So geht es ja auch. Ich weiß es nicht. Zack. 80%. Nice. Jetzt fehlen noch 20. Ich weiß es nicht. 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 Und wieder abgeben. Läuft. Sollte. Ah, zack. GG. Gut. Next. Okay. Hehehe, ähm. Ja, wo bist denn du? Wo ist die eigentlich? Okay, jetzt war ich mal nicht zu heftig hier. Ey, ey, das fahr ich doch gar nicht, das ist der andere. Ist nicht fair. Oh, ist ja auch hier. Oh, ist ja auch hier. Schade. Aber da waren wir beide ein bisschen schultern und haben beide geklaut, ja. Stimmt schon. Aber egal, ich habe meine eigenen. Ein paar Minuten bringen wir jetzt auch noch so um. So. 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 Ja, ich habe eine Reihe-Nio. Geht auch alleine schnell, schnell genug halt. Aber ich spüre es, im nächsten Part werde ich mein Level ab. Ich nehme hier einfach den, bleib hier stehen und hier sind mehr. Okay. 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 Das war's für heute. Komm, ein Schweinchen noch zum Abschluss. Gut. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wir werden bestimmt dann Level 99. Schnaps Zahl. Oh mein Gott. Muss ich mir, glaube ich, eine Flasche Schnaps hinstellen. Nee, Quatsch. Ich bin krank. Vergiss es. Obwohl, ein guter Jäger meint. Ja, genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Swisi. Ciao, macht's gut.